Es wäre natürlich schön, wenn einfach alles so einfach wäre, aber dann könnte es auch nicht jeder machen. Okay, 1, 2, 1, 2, Test. Mein Name ist der Brittin Yeet. Ich bin Architekt und hier im Hause Projektleiter. Mit meinen drei Zeichnern bearbeite ich eine ganze Menge an Projekten. Ich mag die Action, es hat ein bisschen Adrenalin. Ich mag die Aufregung, also es ist sehr abwechslungsreich. In diesem Fall habe ich sehr viel mit Kommunikation zu tun. Ich kommuniziere am Telefon, per Mail, mit Unternehmen, Behörden, den Kunden und bringe die irgendwie zusammen. Und es macht Spaß, dieser Knotenpunkt zu sein. Mein Atmoshaus ist, dass Probleme gemeinsam gelöst werden. So, dass ich nicht mit einem schweren Problem wie ein Ochs vorm Berg stehe, sondern dass wir gemeinsam irgendwo einen Weg finden, dass wir es sauber umgesetzt kriegen. Wir sind hier mitten im Grünen und es ist ruhig. Wir sind selber zentral an Luzern angebunden. Da ist ein Katzensprung in die Innenstadt, aber hier ist man recht schnell draußen. Das ist ein großer Pluspunkt.